Piep, piep, meute, wenn dein Häuser, wenn dein Maul noch, dann schießt dich der Kater noch. Vier, drei, zwei, eins. Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Wo fahren wir denn jetzt hin? Zu Maria. Ja! Und zu wem noch? Die Jill. Jill. Und wer ist da noch? Tobi. Tobi. Und wer ist da noch? Die Baby. Wo sind die Babys? Ja. Und wer wohnt noch in dem Haus? Ähm. Seid ihr mal mit spazieren gegangen? Mitten alleine. Die Katze von dir. Ja. Weißt du noch, wie die heißt? Nee. Ich hab's auch vergessen. Du? Ja. Herzlich willkommen. Jetzt können wir sie wieder mal kennenlernen. Ja, genau. Jetzt lernen wir die Katze noch ganz neu kennen. Okay, ihr Lieben. Wir sind auf dem Weg zu wennausliebelebenwird.net. Ja? Zu lieben Jill. Ihr... Ja? Ähm... Bestimmt ist die... 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 die dicke Frisur von der Katze... die... die Katze von Marie... bestimmt jetzt weg... die dicke Frisur. Nee, ist doch Winter. Warum so die... die dicke Frisur. Die dicke Frisur. Die dicke Fell meinst du? Ja. Ja, aber das ist so eine Langhaarkatze. Die haben ein bisschen längeres Fell. Oder meinst du, die war beim Frisur? Langhaar sind immer beim Frisur. Ja. Ist das eine Perserkatze eigentlich? Das kann sein. Oder eine Aprikosenkatze. Ja. Von der Farbe her wär's eine Aprikosenkatze, ne? Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zu Jill und Tobi vom Blog wennausliebelebenwird.net und der geht heute um 12 Uhr online und die Jill ist die weltbeste Schnitzelmacherin und hat heute Morgen, ähm, zu Tobis Freude, äh, schon 15 Schnitzel geklopft und, ähm... Ich mag die Schnitzel. Nee? Nee. Aber vielleicht gibt es auch noch was anderes dazu. Ich lieb Schnitzel. Ich nicht. Tja. Ich probiere dann, Mama. Genau. Probieren geht über Studieren. Stimmt's? Ja. Ja. 15 Schnitzel. Mama? Ja? Äh, äh. Was denn? Ich hab gerülpt. Ach so, nee, ich hab nur so gemacht. Es war gar nicht gerülpt. Gerülpt. Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch ganz viel Spaß bei diesem Video und jetzt geht's los. was. Musik Maa. Ja, wears es immer auf похож. Musik So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei Jill und Tobi und die Jill steht hier schon in der Küche und macht die Schnitzel, die heute Morgen schon den Tobi geweckt haben. Also Tobi, zeig nochmal ganz kurz, wie er heute... Was ich denn heute warte von den klaren Betten und dann habe ich das mitgebracht. Und wie war das so? Am freien Tag? Um halb acht. Aber hast du nachher gedacht, die armen Nachbarn. Aber hast du nicht im Bett gleich mitgemacht? Wenn das ja noch in der Küche gewesen wäre, dann wäre das ja kein Problem gewesen. Komm, du kannst doch mal aus einem, kannst doch irgendwas zaubern. Wo geht die Marie hin? Die wascht sich die Hände, klebt deine Hände. Willst du deine auch mal waschen? Oh, das ist vorbildlich. Komm, du gehst auch deine Hände waschen. Guck mal, die Marie macht das ganz alleine sogar. Der Wasserhand in ihrer Küche funktioniert leider nicht. Ach man. Geht auch mal deine Hände waschen schnell. Wenn du ja, dann kannst du dich mit einem Hände waschen. Jungen, du bist ja, pf ganne. Los chas, tic tic tic. If you feel you want to do it, you gotta step right into it. An advisor just gave my friend. The line is different in my head. I'm a coward and I know it. In the corner always playing it safe. Today I'm trying something else. I put my fears on the shaft and the voice is done and I'm safe and sound And I know I'm walking the new path now I'm just gonna spread my wings You know from this day on I'm gonna leave my dreams Today is my lucky day We need to put a button on our ears Cross, cross, cross Cross, cross I'm gonna pull it here Ach Quatsch, you don't have to put it in You don't have to put it in Weißt du, how I was so I'm going to do it When she saw it a little bit, how I did it So I did it But now it's just so Now you could think you're just fat I'm a little bit pummeled So, come I'll show you So here up comes so a slider with the current pictures Where they are wechselt And then comes first Yes and you You are all that I need You are the sun A gift of light You are the moon My comfort at night You are the moon You are the moon We have戦 the mirror here Da sind auf jeden Fall die Leser gefragt, weil hier über Anschaffung sind wir uns selbst noch nicht so sicher. Und wenn dann die Leser uns sagen, die schon zu viel länger haben... Genau, da würde ich immer zu aufrufen. Und können die auch kommentieren? Ja, genau. Müssen die sich anmelden oder wie können die kommentieren? Ja, über Name, E-Mail und dann Kommentar. Damit Spams auch abgehalten werden. Ja, voll schön. Voll gut. Also ich finde, Alexa finde ich ja besser als Siri, muss ich sagen. Weil Siri versteht nicht so viel, finde ich jedenfalls. Echt? Ich finde, ich diktiere alles mit Siri. Ja, diktieren ist alles gar kein Problem. Aber halt so diese... Erstmal, Siri musst du ja auf deine eigene Stimme anpassen. Echt? Ja. Der erkennt hauptsächlich nur die Person, die du einprogrammierst. Aber Alexa kannst du ja gehen. Der erkennt ja jeden. Ja, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir das neue Apple TV kaufe, wo man da auch das mit der Fernbedienung einsprechen kann. Und weil die Playstation ja auch eher alt ist. Aber im Moment schickt das, wie es mir gerade gefällt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Yay! Oh, mal gucken, ob es vom Zimmer ist. Ja, guck mal. Yay! Oh, wie schön das auch aufploppt. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ja, dann. Das ist meine Lieblingsfarbe, ja. Yay! Überall, überall. Das fehlt mich. So, was hast du gemacht? Das ist die Schwangerschaftsdemenz. Da landet auch mal ein Ei im Gulli. Oh, lecker, lecker. Oh, lecker. Oh, Jenny! Und ihr chattet hier mit, wenn ihr aus Liebe leben würdet, ja? Ja, wir posten hier schon und kommentieren und... Gebt euch als schwangere Muddys aus, oder? Genau. Cool. Boah, lecker. Und was ist so, der Trinkballschnitzel vielfett? Ganz, 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 glaubst du. Ja. Auch Pfeffer. Ja. Und dann schmeckt das eigentlich gut. Und vielfett, ne? Und vielfett, ganz vielfett. Ja, vielfett. Sonst schmeckt es nicht. Wow. Ach, und dann machst du die in den Ofen, damit die warm bleiben, oder was? Ja. Wow. Bei so vielen geht es nicht anders. Ja. Mh. 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 Ich hatte eine Studiumkollegen in Amerika, der hat sich vorgestellt, mein Name ist Heinz, like Heinz Tomatenketchup, und da wusste jeder, wie er heißt. So, das sind die weltbesten Schnitzel von Jill, so wie macht man die? Kannst du noch mal ganz kurz sagen? Ganz kurz, also erstmal ganz dünn klopfen, erst mit der knappen Seite, ganz wichtig, morgens um 7 Uhr, wenn der Mann noch schläft. Ja, und dann mit dieser gewitterten Seite draufhauen, dass man schon fast Durchblick hat. Und ein Trick übrigens, früher habe ich das nicht gemacht, ja, Frischhaltefolie nehmen, oben und unten und dann draufklopfen, weil dann spritzt dieses Schweinefleisch nicht zu allen Seiten. Super, ja und dann? Dann Salz, Pfeffer, Ei und Panniermehl und dann ganz viel Sonnenblumenöl oder Butter oder Schmeich, was man halt sausert. Mh, lecker und dann fertig. Und jetzt essen, essen, essen. Und dann die Soße und die Soße, hast du Champignons, Zwiebeln, ja? Zwei Champignons? Zwei Champignons? Ja. Aber das könnt ihr bestimmt auch bald auf Jills Blog nachlesen. Ja. Piep, piep, Mäuschen, wenn denn heute, wenn denn Mabler, dann schläft dich der Kater noch. Super. Und Johann, wie schmeckt's? Das war echt gut. Richtig, hat die Jill toll gemacht, oder? Ja. Kann man ihr auch ruhig mal sagen, ne? Ja. Okay, ein Applaus. Ja. Super. Super Schnitzel! Super Chat! Juhu! Juhu! Mhmmm, was ist das? So, das ist eine Philadelphia-Creme mit, das war mal gefrorene Himbeeren und jetzt mache ich noch Kucki-Soße. Und im Hintergrund der perfekte Hausmann. Toll. Macht der Tobi das immer so? Ist der immer so? Wenn die Kamera an das ja... Ja. Toll, Tobi. Johann, willst du auch noch was trinken? Ja. Guck mal, hier steht er. Was ganz Besonderes drin. Danke, liebe Jörg. Bitte, lieber Johann. Du? Immer schöne Prinzessin. Ey, Tobi! Was denn? Du machst ja alles leer. Ja. Dafür bin ich da. Der Papa ist doch immer der Mülleimer, der immer alles leer machen möchte. Der Papa ist doch gar kein Mülleimer. Doch, bei uns schon. Doch, Papas essen immer die Reste, ne? Aber hier habe ich doch ein Reis. So, ihr Lieben, wir sind wieder im Auto und haben super, super lecker bei Tobi, Jill und Marie und den Zwillingen gegessen. Also, checkt unbedingt nochmal Jills neuen Blog aus. Also, wenn euch das interessiert, dann checkt mal wenn-aus-liebe-leben-wird.net. Und, ähm, die Jill ist meine Background-Senkerin, vielen ist das bestimmt schon aufgefallen. Und, ähm, wir haben schon gesagt, okay, wir machen dann nächstes Jahr eine Tournee mit ganz vielen Kindern und, ja, ganz vielen Nennys, die aufpassen, wenn wir auf der Bühne stehen. Und, ähm, und der Tobi ist mein Schlagzeuger. Ähm, und Tobi und Christian, hallo, hallo, ähm, die sind ja voll technikbegeistert und haben dann auch sich gut austauschen können und hatten genug Gesprächsstoff. Und Jill und ich auch und irgendwann haben wir uns vollgefuttert auf die Couch gesetzt und noch ein bisschen geredet und geplant. Ja, und jetzt sitzen wir im Auto und sind schon wieder zu Hause und, äh, das Kind, ja, so ganz, ganz typische, äh, Situation, ne? Aber fährt los und ich bin nicht müde und schläft, ja. Und jetzt, äh, fahren wir wohin? Das weiß ich noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Ähm, vielleicht wollten wir noch eine Runde spazieren gehen. Eben hat es ein bisschen geregnet, jetzt hat es eigentlich schon wieder aufgehört. Und vielleicht gehen wir noch mal eine Runde laufen. Oh, süß, oh, hallo. Oh, du bist ja ein Süßer. Was bist du denn für eine Rasse? Bist du ein Golden Johann? Bist du ein Golden Johann? Bist du wie ein Goldener Dachl? Ein Goldener Dachl? Oh, komm mal hier. Hier. Mamm, 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 leckerchen. Leckerli, seht so. Oh, leckerli. Nein. Und du willst eins? Ich mach nur Fisch. Nur Fischleckerlis? Oh, ich hab auch Fischleckerlis. Hier ist ein Fischleckerli. Mamm, 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 mamm. Nee, das ist... Nee? Nee. Ich mach auch noch und mitmachen mit Leckerlis. Oh, so einen tollen Schal. Wer hat dir denn so einen tollen Schal ausgeliehen? Ja. Wer hat dir den ausgeliehen? Mama. Und von wem ist der? Wer hat denn den der Mama geschenkt? Ich erinnere jetzt Papa an die Leine. Oh, süß. Oh, was ist denn Papa für ein Hund? Oh, was ist denn Papa für eine Rasse? Mops. Ist Papa ein Mops? Ja. Oder eine französische Bulldogge? Ein Puzzle. Nein. Papa ist ein athletischer Windhund, ne? Oh. Eine Bremse auf, Johann. Du hast eine Bremse auf den Kopf? So. Ein Brennnesselhund. Und was ist Mama für ein Hund? Mama. Eine Golden Mama, ne? Ja, eine Golden Mama. Golden Mama. So, ihr Lieben, das war der Vlog für heute. Ich wollte eigentlich noch den nächsten Tag mit dranhängen, aber ich hab jetzt überlegt, ich mach das einfach morgen oder irgendwann mal. Ich kann nicht mehr und ich muss noch schnell einkaufen. Es ist wirklich jetzt Samstagabend. Also das Video ist so richtig krass up to date online für euch. Und was ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist Tschüss. Das mach ich gleich nochmal. Und dass ich mich freue, wenn ihr ein Herzchen in die Kommentare postet. Das war nämlich beim letzten Video so schön, weil das war voller Liebe. Und dann wollte ich euch noch ganz schnell sagen, dass es, Achtung Produktplatzierung, muss man ja immer dazu sagen, ne? Ähm, dass es aktuell wieder eine, dass es aktuell wieder eine Aktion gibt. Und zwar könnt ihr, ähm, 15% auf die Juwelkerzen bekommen mit dem Code JULIA15. Also ganz einfach, ganz kurz. Ähm, und das ist mein absoluter Lieblingsduft im Moment. Schneeflöckchen. Viele von euch haben, äh, das Bild dazu und auch diese wunderlönde Farbe auch wahrscheinlich schon bei meinem Instagram-Profil gesehen. Das lege ich euch auch nochmal ans Herz. Also schaut da, äh, gerne vorbei. Und, ja, hier ist es auch schon so gelblich warmes Licht. Es wird Herbst, ich sag's euch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll von euch in den Kommentaren zu lesen. Äh, checkt auch unbedingt, äh, Jills wunderschönen Kanal ab. Und guckt auch mal bei Instagram. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr ihr mal zu ihren Zwillingen gratulieren. Und, ähm, ihr könnt ihr ihr mal vorschlagen, dass sie ein Video mit mir macht, wo sie mal berichtet, wie so ihre erste Reaktion war, als sie erfahren hat, dass es zwei Babys werden. Und wie Tobi das findet. Vielleicht macht ihr ein Video mit mir dafür, äh, darüber. Und, äh, das könnt ihr ja mal bei ihr kommentieren. Okay. Ansonsten checkt ihren Blog unbedingt aus. Und, ähm, ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz schönen Sonntagabend, einen, äh, Samstagabend, einen schönen Sonntagmorgen und alles Gute. Tschüss! Und das, was gestern war, das ist bereits geschehen. Und das, was morgen ist, das kann man noch nicht sehen. Es ist das Jetzt und hier, was wirklich richtig zählt. Der Moment vom Glück, ich hab ihn ausgewählt. Grazie. Ja.